Fühlt sich so Liebe an? Als ich klein war, hatte ich die Vorstellung, dass ich den ersten Freund heirate. Jemand aufmerksam ist, der versucht mich zu verstehen. Ich merke so richtig deutlich, wie harmonisch das ist, wenn ich mir da Mühe gebe. Wird er mir jetzt nochmal gefährlich? Er sagt, dass er Dämonen aus der Vergangenheit in sich trägt. Diese kleinen Gesten, das macht mir echt Angst. Richtig bedrohlich wirkt das dann. Ich habe nie gedacht, dass mir so etwas passieren kann. Ich habe mich gefragt, ob er möchte, dass ich sterbe. Was habe ich ihm getan? Ich habe ihm gesehen, dass ich verrückt. Ich habe ihn nicht gesehen, dass ich nicht außerhalb der Vergangenheit in sich trägt. Ich habe ihn nicht gesehen, dass ich nicht verstehe. Ich habe ihn nicht gesehen. Vielen Dank.